streaming session heute heute sind wir mal wieder mit sniper elite unterwegs wir sind ja jetzt schon gut unterwegs ein ende ist so langsam denke ich auch schon fast in sicht also ewig werden wir nicht mehr brauchen aber gut ja ich sehe meine camp flackert schon wieder faszinierendes beispiel käme es an sich ganz okay das problem ist sobald da eine spiegelung reinkommt fängt das ding an zu flackern wie so keine ahnung warum aber okay so mit mir wie immer dabei mein lieber streaming kollege mp sagt hallo mp einen wunderschönen guten abend genau wie es sind auch schon direkt im spiel das heißt schon mal ganz kurz interessant ich habe gesehen dass ich ein paar pakete verloren habe unter dem flackert ja sobald ich rumschau flackert meine camp ja ich entschuldige mich dafür aber ich leider nicht so viel in der hand dazu genau dann würden wir einfach mal unsere kooperative spiel weiterspielen jedes mal wieder aufs neue kampagne fortsetzen genau ich schaue mir in der zwischenzeit meine bewaffnung noch mal an ihr seht wir haben wir schon ein paar bonis mit drinnen die freigeschalten habe zum beispiel schaden oder zum funktionalitäten und sie nur ein n-word geben freunde einladen anzeige ist raus so heute auch mal wieder ein bisschen heller letztes mal habe ich das ja ein bisschen verdödelt hier das richtige die richtige beleuchtung mit an zu machen genau ich würde jetzt am liebsten sagen diesmal ist das wetter besser das genau in dem moment angefangen zu regnen und zu gewittern bei uns deswegen schauen wir mal ob es wieder so wird wie das letzte mal und ob einer von uns rausfliegt oder ob wir dieses mal gemeinsam die missionen auch zu ende bringen können wäre schön wenn wir das hinkriegen würden aber das wetter haben wir halt nicht in der hand das lag nicht an mir du bist geflogen aber wir hoffen jetzt einfach mal das beste genau wir werden heute zwischen ein und zwei missionen wahrscheinlich spielen schauen wir mal wie gut wir vorankommen jetzt gehen wir erstmal in die runde und dann schauen wir was passiert go go power rangers 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Karl, die Partisanen haben uns ein Gefallen getan. Was meinen Sie? Kessler. Er hat Sophia verraten, dass ihr Vater noch am Leben ist und irgendwo in Giovi Fiorini verhört wird. Rothbauer. So ist es. Diese Ablenkung war nötig. Wir wissen, dass Rothbauer und Böhm sich vor einer Woche trafen. Rothbauer ist Böhm's Vertrauter. Hochrangige Nazis packen nicht aus. Sie schlucken lieber Zyanid. Rothbauer ist ein kleiner Fisch. Wir brauchen dringend Beweise für Böhm's Plan. Ja, manche nehmen Zyanid und eine Kugel im Kopf. Wie ihr das Messer auch einfach nicht anspricht. Das jetzt seins. Meins? Das hat keiner gesehen. Oh, kein Richter, kein Kläger. So, schauen wir mal wieder, ob unsere Funkdisziplin noch funktioniert. Dann hoffentlich können wir endlich starten in die Mission. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Wird gemacht, Rotfuchs. Fangen Sie den Transporter mit feindlichen Propagandaschriften ab. Ende. Hab verstanden. Ende. Wow. Da schickst du einen Sniper dafür los. Super geheime Mission. Wir setzen ein Elite-Kommando ab, um ein LKW mit Papier in die Luft zu jagen. Ja, okay. Dann schauen wir mal, was auf diesem netten Papierchen draufsteht. So. So. geschützt stellung muster weg erstmal wieder das schöne wir markieren alles spielchen ich habe es mit absicht nicht markiert ein auto das ist keine lkw also musst du nicht kaputt machen wenn du mit ankommst mit jaz hat aber vier räder ein scharfschild das boot ist eine bedrohung hauptsache es explodiert wenn man in den motor schießt schauen haben wir hier noch irgendwas das wir sehen versuchen wir dieses mal auch noch ein bisschen ernster wieder zu spielen vielleicht klappt dieses mal wieder mit dass wir hier nicht durch marschieren wie ein komplettes bataillon wenn wir gerne machen dass wir hier nicht durch die Okay. Mal schauen, ob wir hier noch ein paar Sachen finden. Na, unter dir ist noch jemand. Muss ein bisschen aufpassen. Unter mir? Laut Map zumindest. Du meinst, der, der mir da gerade eben ins Gesicht geschaut hat? Ich dachte, hm, kenne ich den, kenne ich ihn nicht? Ach, wenn er meint, ich bin nicht da, ist er auch nicht da. Stop. Stop. Okay. Junge, du kannst mich nicht gesehen haben. Ich denke, er hat mich gesehen. Genau durch den... Durch dieses Gatter dadurch. Gott, hab ich einen Hunger. Ich glaube, wenn man stehen bleibt, dann vergeht der Hunger. Ups! Hä? Ja, okay. Abgesehen davon, dass du mir durch den Kopf geschossen hast, was nicht das Problem war, habe ich wohl seine Granate getroffen. Ich war schon sehr erstaunt, dass er den ersten Schuss überlebt hat. Und den zweiten? Aber den dritten hat er nicht überlebt. Ich frage mich zwar, wie zum Geier er an seinem Nacken einen Stahlhelm trägt, aber hey. Ja, Leder-Nacken. Ja, wie Lederhart, wie Kruppstahl, oder? Ja, ich wollte ihn nicht bringen, aber... Offensichtlich ist bei dem was dran gewesen. Absolut. Wer weiß, was sich hier die Entwickler gedacht haben. Ich finde es aber ganz erstaunlich. Ich meine, da geht gerade eben eine Granate hoch und offensichtlich interessiert sich kein Mensch dafür. Na, wir sind im Krieg. Also, das wird nicht die erste Granate sein, die die Leute gehört haben. Scheiß Krieg, das ist Feuerwerk. Du wolltest Action, du kriegst Action. Ich weiß zwar nicht, warum die alle in die falsche Richtung schauen, aber... Da ist das Rennboot gerade hochgegangen. Ah. Also, ja, wir sind... Deswegen haben sie jetzt ein bisschen Schiss, ich meine. Das hat auf eines ihrer eigenen Wasserminen aufgefahren. Ah. Erzähl das denen doch mal. Ich glaube, die glauben dir das nicht. Ja. Den hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Den wollte ich gerade markieren, ja. So. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Und wer ist denn schon so alarmiert? Hui. Schon eine ganze Runde. Ach, die sind alle gleich wieder... Alle gleich clear. Wir brauchen nur schnell ein paar Minütchen, bis sie rausfinden. Ach, das Boot. War ein Unfall. Tragischer Unfall. Mann, Mann, Mann. Menschliches Versagen. Ah. Technischer Fehler. Da hat einer am Tank hinten geraucht. Ach, das Mann weiß, das sollte man nicht machen, aber... Waren, waren Montagsmodell. Hat einer seine... seine Pfeife am Torpedo vorne abgeklopft und... Ja, leider. Ja, leider. Ja, pff. Passiert halt mal. Hey, Freund, Leder Nacken. Ah, nee. Komm. Sag mal. Wow. Wow. Super. Drei Mal vorbeigeschossen. Deswegen werden wir auf solche Missionen geschickt, dass wir den LKW zerstören müssen. Genau deswegen. Ja, der LKW ist sicherer. Zumindest bei mir. Es nervt mich doch schon wieder. Von oben auf ihn geschossen, also... Das hätte er einfach sicher gehen müssen. Tja. Und was werden wir daraus? Nur weil du den High Ground hast, heißt das nicht, dass du gewinnen wirst. Naja, ich hätte eher gesagt, gib mir ne Gatling und ich werde ihn wahrscheinlich eher erschlagen als erschießen, aber... Auch das trifft bei manchen Leuten zu. Ich rede jetzt momentan nicht von der Standardwaffe unserer Bundeswehr. Wow. Okay. Der hat ein Salto gemacht. Hey, Mr. Oberst. Sie können hier nicht betrunken liegen. Das war auch mehr als ein Schuss, oder? Ja. Der Waffe war super weit weg. Hat mich gewundert, dass es mit der Waffe überhaupt geht. Mal schauen, ob wir hier noch was nicht mal... Dieser Riesenkanone muss verschwinden. Okay. Wir haben schon einiges markiert. Ein LKW. Nein, nein, ich halte mich so fies, Mann. Du hast hier ist da ganz schön durch, mein Freund. Ja. Ich habe gerade ein bisschen... Ich habe gerade ein bisschen Zielgenauigkeit plus drei oder so für den Longshot. Was zur Hölle hat denn der gesehen? Weiß ich nicht, aber der nebendran hat irgendwas auch mitgekriegt. Und die hier unten sind jetzt auch alle am Start. Ja, das war gerade ein tragischer Unfall. Wenn du zurückgehst, sind sie gleich wieder okay. Da ist ein Fass hochgegangen. Hat leider ein Infanteristen mit in den Tod gerissen. Und wie erklärst du denen, den... Oder die, die hier unten liegen? Ja, die sind von den Splittern des Fasses getroffen worden. War ein tragischer Unfall. War gerade so eine Saufzusammenkunft. Und ein paar sind echt weit weg geflogen durch die Explosion des Fasses. Mann, ey. Unfälle gibt's, ey. Man konnte es einfach nicht ändern. Das war wie so eine Splittergranate. Schau, da ist das Nächste. Die rauchen alle an ihren Benzinfässern. Du kannst halt nicht... Du kannst nix machen. Den Leuten kannst du einfach nicht helfen. Sie lernen es auch einfach nicht. Da oben ist noch einer. Du bist gleich das Auge weggeflogen, so hat er gestarrt. War es aber auch frech. Schau, schon wieder diese Fässer, ich... Das ist... Man sollte hier mal zu jemandem von der Sicherheit gehen und denen einfach mitteilen. Man darf diese explosiven Fässer einfach... Da darf man nicht nebendran stehen und rauchen. Aber gut. Der Kollege, das ist die falsche Richtung, in die du schaust. Der Feind ist hinter dir, nicht vor dir. Naja... Haben noch nicht anders Memo bei ihm. Du weißt, wenn du mit mir spielst, ist der Feind immer hinter dir. Der Feind ist überall. Mich verwundert es, dass ich nicht schon ein eisernes Kreuz verliehen bekommen habe. Das ist wie mit Grandpa Simpson damals. Hoffentlich drehen sich jetzt nicht alle um. Keine Sorge, das hört natürlich nicht um. Alles wieder nach vorne. Hey, da hinten explodiert gerade ein komplettes Lager. Ja, I don't care. Don't fucking care. Ist in Ordnung. Schau nach vorne. Das muss so. Ja, absolut. So, was haben wir hier noch Feindes? Gibt es hier noch was zu mitnehmen? Nope. Versucht die Crew hier mal so ein bisschen zu umlaufen. Ich könnte zwar zwei, drei rausnehmen, aber dann werden sie mit Sicherheit alarmiert. Oh, du meinst, das wird schlimmer, wenn... Hat wieder ausgezeichnet funktioniert. Ich bin der Meinung, ich war voll drauf auf ihn. Ich glaube, er sieht das anders. Der hat aber auch vorher schon gebrochener Kiefer, oder? Ja, also... Hast du jetzt schon mal angeschossen? Ab sofort ist sein Lieblingsgericht Suppe. Und die Verbliebenen hier fliehen, oder was? Ich denke, sie wahrscheinlich... Oh, scheiße, ich mag mein Fleisch. Nicht schon wieder Erbsensuppe? Oh, eine Überraschung. Hier gibt es ein schönes Scharfschützengewehr. Ja, genau, danke. Ja, den habe ich nicht gesehen. Ich wollte ihn finden, aber ich habe ihn einfach ums Verrecken nicht gefunden. Okay. hier liegt ein toter soldat in meiner suppe diesen laden komme ich nicht noch mal das nicht so anspruchsvoll sein wer kriegt denn da jemand der mitgekriegt hat dass du da bist so viel ich glaube wir wissen jetzt unsere propaganda wagen unterwegs ist ich weiß nicht aber da war ein typ eine bank ist kein gutes versteck da bekommt die pfeifen denn er ist auch nicht wahrscheinlich kutiert einmal weg mit dem hoden du treibst nicht und ja ich spiel den vaters ich weiß stand jetzt wissen wir noch nicht wo dieser lkw ist oder also wir wissen nur dass sie an uns vorbeifahren wird aber wo er wirklich ist wissen wir noch nicht oder da kommt was da kommt ein konvoi da liegt eine mine den ersten kannst du durchlaufen diesen konvoi im zweiten sollten wir anhalten auf der rücke liegt eine mine und er fährt dran vorbei das ist so viel zu böhm's propaganda ja ich habe zumindest den dem lkw schön in den motorblock aber natürlich fährt er an der mine vorbei muss ja hast du die mine gelegen ja du das war nicht gut ne ich komme jetzt nicht damit hin ich warte lieber dass du dahin gehst nicht dass du zum schluss noch feuert okay damit haben wir den konvoi durch dann run würde ich sagen hier kümmern wir uns um den scharfschützen oder oder willst du dich um das feldlager bei scharfschützen haben wir gelassen lass den sniper morgen jetzt näher ja doch schade ich habe es nicht gesehen ob ich ihn doch ich wollte wissen ob ich es geschafft habe durch seinen ziel für ein rohr ihn zu treffen das wäre natürlich dass die killcam leider davor abgebrochen das kann mir auch der neue sniper lite via teil raus sein werk ist überall zu sehen die partisane was für ad guys links und rechts könnten aber auch in den gebäuden sein links könnte draußen sein ich glaube der ist da in diesem gang genau vor uns links ist draußen laut der map rechts müsste wahrscheinlich im haus sein oder in so einem eingangsbereich sein ein ping was ein ping das kennt doch die meisten schon gar nicht mehr oder offensichtlich werden hier fallen gestellt oder wer von euch kennt ein ping was sie ist zwar traurig aber ich könnte vielen leuten nicht mal vorwurf machen sowieso nicht es wird trotzdem spannend wer den film kennt und ich meine Da muss ich schon mal nicht mehr. Was? Okay, warum? Warum bin ich jetzt verdächtigt? Meiner hat noch nicht mal verstanden, dass er gestorben ist. So krass habe ich den erwischt. Alles klar hier. Ich hoffe, dass der Ton und alles auch okay ist. Wenn nicht, bitte einfach melden. Eigentlich haben wir hier soweit alles durch. Ja. Den einen können wir eigentlich übrig lassen, dass er seine Geschichte erzählt. Wenn du einen siehst, also ich sehe keinen. Ja, auf der Map gibt es niemanden mehr. Ja doch, bei mir auf der Map, wenn ich mich Richtung Osten bewegen würde. Aber, da habe ich jetzt keine Lust hinzugehen. So, mir sieht es missionstechnisch aus. Ja, die Intel würde ich sagen, liegt da genau vor und so. Die Infos hier sammeln. Ja. Ich würde ja gerne sagen, es war die perfekte Ablenkung, aber dafür müssten wir erstmal einen Weg außenrum haben. Also, irgendeiner sieht mich die ganze Zeit, aber ich sehe ihn leider nicht. Der ist hinter dem Feuer. Das ist halt das Problem. Man sieht halt gar nichts durch dieses Feuer. Na, er offensichtlich schon. Das Feuer geht in Richtung Linie nicht kalt. Okay. Das habe ich auf Cam. Das hätte ich deshalb nicht geglaubt, wie es den weggeprügelt hat. Der ist ausgerutscht auf einer Bananenschale. Ja, beim Fußball wäre es eindeutig eine Schwalbe gewesen. Ich bin dann leider auf einer Patrone gelandet. Also, tragisches Unglück, kennt man ja. Rotbauer hat Beweise zu Böhms Plan. Die muss ich haben. Durch Geschichten hört man häufig am Lagerfeuer. Ah, steht oft in der Bild-Zeitung. Ja. Genau, links neben dir ist einer. Ja, da sind noch mehr. Da läuft auch noch ein zweiter, irgendwo, Patrouille. Ja, da läuft der zweite Patrouille, Mann, ist es jetzt gerade. Da ist noch einer. Ja, verdammt. Den habe ich nicht gesehen hinterm Baum. Den in dem Aussichtspunkt hast du rausgenommen. Ja. Tun wir rein da. Eigentlich müsste ich hier ja fast schon Schocky-Action machen. Hier können wir auch die Well-Rod rausziehen. Aber ich habe noch 41 Kugeln, also whatever. Vorsicht, links von uns ist Patrouille, der kommt doch die Tür durch. Rechts und links. Okay, der geht nicht mehr durch die Tür. Na komm, den nehmen wir mit rein. Nicht, dass hier noch irgendwas kommt als Mission. Ja, der ist aber auch fies hier, der Typ. So, was haben wir hier Schönes? Jetzt kreuz hier. Jetzt haben wir irgendwie Coats. Coats, Coats. Du hast doch immer Coats, wenn du möchtest. Sonst müssen wir aufspringen. Wir entwickeln einfach die Enigma, dann kriegst du genügend Coats. Ja. Du machst das dann. Und ich kümmere mich in der Zeit hier um die Gegner. Ich habe gehört, es gibt Studiengänge, da muss man sowas als U-Buch machen. Ne, Enigma entwickeln. Ja, zumindest mal digital, ne? Ich meine, ganz ehrlich, die Maschine ist natürlich schon geil. Ich meine, dass du die heute so mehr oder weniger einfach mit Rechnern nachstellen kannst. Mhm. Aber zu der Zeit hier, muss man halt auch sagen, Chapeau. Na, ob wir uns hier unsere Verbündeten die Coats geben. Das sind Italiener. Weiß ich nicht, ob die uns Coats geben. Ich kündige aus. Mach du's. Äh. Du, du weißt, dass das unten war, ja. LKW ist LKW. Äh. Achso, das ist da drüben. Hm. Du meinst nicht, dass dieses... Du warst bei den Sternen, oder? Äh, ja. Das war das, wo ich... Wo man den Coat braucht. Wo das aufspringen. Naja, gut. Die Coats werden wir dann wahrscheinlich hier unten am Haus bekommen, vermute ich, oder? Töte Rotbauer. Ich weiß nicht, zur Not springen, dass er den braucht. Ich weiß nicht, dass er die Coats hier in dieser Kiste versteckt, Leute. Ich könnte dich ihm unter die Arme greifen. Mann, ihr seid nicht hilfreich, ey. Meine Coats in der Kiste. Wie konnte der mich sehen? Wo ist der? Ich mein, er sieht mich jetzt. Ich krieg's nicht mit. Nicht so. Äh. Alter. Der war nass. Käpt'n Tarnung, hey. Der stand halt im Rauch. Der hört halt zu viel Snoop Dog. All day long. Vorsicht nicht, dass das als Schleichwerbung durchgeht. Ein Schusswechsel. Ich könnte bleiben und den Partisanen helfen. Oder die Verwirrung ausnutzen. Alter. Jetzt kommst du auf die Idee, ein Schusswechsel. Wir haben hier gerade eben einiges ausradiert. Und jetzt kommst du so. Och, ein Schusswechsel. Ich könnte den Partisanen helfen. Bier. 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 Spar in der Zeit. Ping. Und dann kommst du. Das sieht schon mal aus. ein haus ja gut dann würde ich mal behaupten feldlager zerstören und dann den guten rotbauern hallöchen sagen oder die frage ob wir halt jetzt tatsächlich noch mal die kurz irgendwo kriegen naja nachdem rotbauer sein safe ist vermutlich hatte die kurz bei sich dann können wir einfach so lang hier könnten jetzt doch mal einfach nur track nehmen ach warte ja ich wollte ja nur dass du die wahrheit sagst ja ich suche auch gerade hier den weg aber hier also rechts neben der brücke gibt es einen weg wo wurde die leiche gefunden dass ich kann dir sagen wo gleich eine leiche liegt ok den interessiert es nicht mal fies und gemeiner nacken schoss näher ja komm komm nicht mehr weit ja genau schade natürlich explodiert konnte aber auch keiner rechnen dass sie sich nicht schon welche geister geschichten über automatisch explodierende fester oder so erzählen wenn es der fliegende fass exploder was wer sieht mich da meister fisch gesicht und 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 hallo ich habe es genau gesehen man sind ja nicht einfach so leiden lassen monster ich wollte es denn leiden gerade beenden wolltest du gar nicht doch heute ich hab's auf kämen die bodycam die beweisen aller wer sieht mich hier denn durch die mauer schnauze du sagst nichts mehr kapitän röntgenauge ja das musste sein dass du hier wie rambo vor rennst mit dem netter schrotflinte in den unterleib schießen ja ja die liss hier drüben so viele wachleute das muss rotbauers villa sein wie kommt er da nur drauf so Ja. Der Typ der genau neben dem explodierenden LKW stand. Und sein General daneben ihm stand. Ja, eventuell würdest du das ganze auch so ein bisschen einfacher machen, wenn du nicht deine persönliche Vendetta gegen LKWs führen würdest. Verfahler Vendetta! Ja, weißt du, insgeheim, ich bin von Henry Ford bestochen worden. Ich krieg viel Geld dafür, dass ich die Konkurrenz ausschalte. Ah. Du weißt ja so, als hier... Schließlich, weil ein Halt geht halt nicht immer. Du brauchst halt einen Krieg dafür, du brauchst... Im Alter wird es irgendwann schwer. Ja. Kann ich mein Auto auch in allen Farben haben oder... Nur solange es schwarz ist. Rostrot gibt es. Das Neueste auf dem amerikanischen Markt. Ja. 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 Stimmen. Oh nein, ich bin bei deinem Erzfeind angekommen. Hier ist die Firma Autotransporti angesiedelt. Ich glaube, du sollst nicht hierher kommen. Du bist auf der falschen Seite der Brücke. Also ich empfinde das eigentlich als ganz richtige Seite. Hier gab es ein paar einfache Ziele, hier gibt es ein bisschen Mund. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht hier. Ich habe mich immer um ein paar gekümmert. Hm. Wer sagt in der Stream? Nee, verloren habe ich nichts mehr. Verstehe ich auch noch nicht so ganz, warum ich immer zum Start des Streams ein paar Sachen hier für ein paar Framesdroppe. Ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Okay, komme ich von hier hinten. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwie einen Weg rum. Gut. ich warte hier unten mal auf dich hier sind einige ich bin nicht so weit weg aber ich bin zu fett um hier zwischen diesen kleinen Baum und dieses Geländer zu passen siehst du, deswegen ist mein Vertrag mit den Fortwerken da fängt es nämlich schon an weil ich so fett bin und deswegen mehr LKWs gebaut werden müssen oder eher in die Richtung da geht so langsam deine deine Aufgabe als als Elite-Soldat flöten okay wer sagt halt du stehst da ziemlich schlecht muss ich sagen also wir sind überall Bad Guys noch sehe ich hier niemand da kommt einer ich weiß noch nicht ob ich den hier rausnehmen will bei dir unten müsste einer sein alter hast alle informiert ja natürlich weil er das da hinten auch sieht der Typ hast etwa Captain Fishblick gerade eben ins Gesicht gespuckt oder ne aber er sieht halt den Typen der halt um die Ecke liegt also gut was soll er tun okay jetzt ist er hier vorbei oh mach ich mir mal kurz weg ist es ist dazu wird ich muss wissen was er bei sich trägt ja so nahkampf getötet ich habe tresor informationen gefunden Lass mich raten, indem sie keinen Fahrbahnuntersatz mehr haben. Natürlich. Warum habe ich auch was anderes erwartet? Spezi, wo willst du denn hin? Da steht keiner mehr. Hm, es gibt hier wohl noch einen Eingang von unten, so wie es aussieht. Ja. 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 Du bist aber ein schlechter Bösewicht. Dann holen wir nochmal ein paar Pläne und dann sind wir durch. Ja. Ja. Ein Geheimnis im Weinkiller versteckt. Mann, Mann, Mann. Jetzt kommt erst einmal wieder der Endgegner Orientierung. yang. Ja. 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 Das war so ein zittligen Zeigefinger. Ja. So. Hey, A ist das Popcornkino und B wie gesagt Also hat das angefangen mit Politikern, die in irgendwelchen Aufsichtsräten sitzen. Lieber Aufsichtsräte, das ist von mir gerade eben eine Bewerbung an euch. Bitte meldet euch bei mir. Hast du deinen Freund da hinten jetzt noch hergeholt? Ne, wüsste nicht. Wie gesagt, den einen da glaube ich habe ich am Leben gelassen. Er kann seine Story erzählen, dass er Angst vor uns kriegt. Keine Zeugen. Ja, einer sollte immer da sein, der die Geschichte erzählt. Keine Zeugen. Das ist psychologische Kriegsführung. Wir müssen nach Überlebenden suchen. Da wo wir vorhin waren, wo alle hingerichtet worden sind. Ja, boah, weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir da so erfolgreich sein werden. Ich bin mir sicher, Ratten, Katzen, Mäuse, Läuse haben da überlebt. Es wurde ja nicht näher spezifiziert, was überleben sollte. Ach so. Also wenn du dich ran hältst, dann werden hier noch ein paar überleben. Fahrzeuge werden sicherlich nicht überleben. Ja. Okay, da sollte ich nicht laufen. Kleiner Tipp, wenn ich mal selber spiele, die Dinger explodieren immer mehrfach. Haben wir auch schon schmerzlich mitbekommen. Wie, jemand hat die Explosion gehört. Offensichtlich gibt es hier doch Überleben. Hm. Hab ich dir ja angekündigt. Wenn du dich alles mit abgeben, dann bleiben hier noch welche über. Du musst erstmal den Weg da hin finden. Das ist gar nicht so leicht. Müssen wir nicht beide da sein? Weiß nicht. Ein Blutbad. So, damit haben wir die Mission hinter uns. Ja, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ein paar Pünktchen. Ich bin vor dir. Überraschung. Minimale Verluste. 113 von 10. Ja, vielleicht. Na. Weiß ja nicht, aber... Keine Pistolen. Also ich habe keine Pistole verwendet. Hast du eine verwendet? Es bestünde die Möglichkeit. Ach komm schon. Ja, dann. In dem Sinne würde ich sagen, da geht noch eine Mission, oder? Ja. Jo. So, sieht doch gut aus. Jo, dann... Starten wir doch mal. Jovi Fiorini. Jovi Fiorini. Jovi Fiorini. Ohne es zu wissen, sind sie direkt in die Falle getappt. Ich konnte Sophia, den Engel, nirgendwo entdecken. Viele der Leichen waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Partisanen starben jedoch nicht umsonst. Durch ihr Opfer gelangten wir an die Informationen, die wir benötigten. Wem weiß von der Operation Avalanche, dem Plan einer alliierten Festland-Invasion. Ein Angriff auf die Flotte wäre eine Katastrophe. Die Schlinge der Nazis um Europa würde sich noch fester zuziehen. Und es erdrücken. Da wäre noch etwas. Etwas lebenswichtiges. Die USS Ancon ist das Kommandoschiff der Operation Avalanche. Das bedeutet, Hauptziel ist der oberste Kriegsherr der Alliierten. Wem will General Eisenhower töten. Gestartet wird der Angriff von einer Nazi-Basis in den Bergen um Alagra. Ohne die Partisanen sind die Nellys-Gangster die einzigen, denen es möglich ist, mir eine sichere Passage durch die Berge garantieren zu können. Weaver bereitet eine Bombardierung vor, aber es ist an mir, sie einzuleiten. Vielleicht finde ich ein paar Informationen zu den Plänen der Deutschen für ihr neues Spielzeug und kann dafür sorgen, dass sie es abschreiben müssen. Letzten Endes läuft es hierauf hinaus. Ich muss die Raketen aufhalten. So eine strenge Katapartie. Ah, fein. Es ist aber auch echt kalt da, also muss man sich schon warm halten durch körperliche Betätigung. Dann geht's mal ab in die nächste Mission. Wir sehen schon. Das wird spaßiger. Also wir nähern uns, glaube ich, dem Ende. Ich glaube, das ist so langsam eine der letzteren Missionen, ne? Wenn nicht sogar die letzte, kann das sein? Das ist eine sehr gute Frage. Ich erinnere mich dran, hier schon mal gewesen zu sein und das war nicht sehr spaßig, das weiß ich auch noch. Äh, ja. Eventuell könnte das die letzte Mission sein. Ich erinnere mich da an ein MG-Nest. Das Herz der Finsternis. Ich muss da rein. Ob das gerade eben eine Anspielung auf das Buch das Herz der Finsternis war? Dafür wären wir aber geografisch halt leider an der falschen Stelle. Soll ich, soll ich nicht? Nein, komm, ich halte mich zurück. Du hättest einfach drauf drücken können. Die hättest du eh nicht getroffen. Oh, doch, die hätt ich getroffen. Die fahrende Trucks? Ja. Als ob du fahrende Trucks triffst. Du hast zwar viel Erfahrung mit Trucks, aber die stehen immer alle still. Ich frage, ist das ein Rundkurs? Kommen die gleich wieder? Ja, die fahren ja nur ein Rennen. Das war gerade Runde eins von drei Millionen. Das ist gar nicht so abwegig, ne? Ja, mein Gott. Da fliegt das Hüdle weg. Da drüben hat auch ein fein Glas. Das ist zu unfair. Sag dem das mal. Na, ich würde da hinten Funker und Co. jetzt noch nicht angehen. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Oh, da ist ein Lastwagen hochgegangen. Wie ist das denn passiert? Ja. Ich sitze noch mal in einem Busch aus, ne? Wie, du gehst in den Busch? Na, wo ist unser Freund? Hoppidi. Ah, zack. Junge, ich habe dir gerade schon mal einen zweiten Ausgang für deine Damenaktivität besorgt. Warum wolltest du auch noch einen dritten haben? Also, das war echt eilig. Angsthaft. Das geht auf die Entfernung nicht. Ja, aber den, genau. Der, der Fronttal da steht, den treffe ich nicht, aber hey. Ich sehe ein Stück von seinem Helm. Ja, Headshot. Ja, easy. Der war locker drin. Ha, okay. In dem Funker ist das Funkgerät am Rücken explodiert. Okay. Gotcha! So, aber sollten wir uns jetzt wirklich so langsam auf die letzten Missionen hier zu bewegen, dann werden wir uns natürlich demnächst noch mal Gedanken machen dürfen, was kommt als nächstes. Ja, ich meine, wir könnten ja zum Beispiel noch die Overwatch-Mission hier machen. Genau. Wo einer den Sniper und einer den Beobachter spielt. Und, dass das gut ankommt, können wir das gerne auch mal noch für den dritten Teil andenken, ob wir das da machen möchten, ob das gut ankäme. Oder... Also, sagen wir es einfach zu euch. Hast du ihm gerade das linke und ich ihm das rechte Auge ausgeschossen? Äh, er ist vor meinem Schuss tot umgefallen, aber ich habe gesehen, dass da ein Schuss vorbeiging. Also, sagen wir es so für unsere Zuschauer hier, wir wissen noch nicht genau, was wir als nächstes machen. Dann haben wir Freitag, ähm, Mittwoch immer unseren Factorio-Stream. Das heißt, wir werden mal schauen. Wir werden auf jeden Fall wieder was Koop-mäßiges machen. Ich denke, wir werden so langsam auch noch andere Spiele mal anfangen, ähm, wo wir dann Impi oder ich streamen. Ähm, ich werde da wahrscheinlich mehr in den Bereich von, von Adventures reingehen. Das werden wir uns dann noch ein bisschen anschauen. Zeit, die Höhle des Löwen zu betreten. Ähm, wobei ich durchaus Lust hätte, mit euch das eine oder andere Adventure zusammenzuspielen. Und bin ich auch mal gespannt drauf, wie, wie euer Feedback oder was ihr davon haltet. Da habe ich auch schon ein paar, die ich mir rausgesucht habe. Genau. Vielleicht kriegen wir auch, wenn wir so weit fertig sind, dann nochmal eine Among Us-Runde mit ein paar Kollegen hin. Das wird vielleicht auch mal interessant, so als Samstagstermin. Mann, wo rennt ihr denn überall hin, Leute? Ey, ey. Du denkst, komm. Ja, irgendwas war doch hier, oder? Ja, ich sehe hier eine Pillbox genau neben mir. Ich weiß nicht mehr, da gab es doch nochmal so eine, so eine Pillbox-Situation. Irgendwo, wo wir über eine Brücke oder was drüber mussten. Ich muss ja gar nicht mehr dran entziehen, kann auch sein, dass das ein Dreier war. Äh, fire in the hole. Oh. Sniper. Vorsicht, wenn ihr durchgeht. Innen drin ist irgendwo ein Sniper. Ja. Ganz am Ende. Hier rechts. Ah, ich sehe ihn. Hinter uns. Alter. Was hat man dir denn in der Grundausbildung beigebracht? Man rutscht nicht vor seinen Gegner. So viel Call of Duty. Dann werden wir noch keinen Aufruf, die ruft, dass sie es nicht machen. Die Muni wird knapp. Was ist das? Irgendwie muss ich die Basis für die Bombardierung lokalisieren. Was? Hier muss super Antreibstoffverarbeitungsanlagen. Könnte nützlich sein. Also bei mir wäre auch ein Weg rein. Ja, ich glaube da darf ich nicht weinen. Wir hätten da hinten noch zwei stehen lassen. Was? Okay. So. 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 gesagt, wir uns hier wirklich aufteilen sollten, ne? Wobei, ich glaube, wir kommen hier zusammen. Oh, oh, sind die Fahrzeuge besetzt? Ja, ich hänge hier an der Lampe. Ich muss mich natürlich nur teilen. Ja. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das ist mir doch schon wieder zu viel Action hier. Oh, okay. Ich bin mir sicher, du musstest pfeifen. Das hat keine andere gehört, außer dir. Ja. Ich bin leicht unter dir. Bezweifelig. Ja, es wackelt zu sehr hier. Ja, es ist ein Erdbeben. Der wird kommt häufig vor in diesen breiten Garten. Ja. Klassiker. Das passiert ständig. Tonische Platten und sowas. Guten Tag. Was sind Hitlers Pläne für seine neuen Spielzeuge? Ich muss hinter ihrer Strategie kommen. Dafür hole ich nicht mal den Sniper-Modus raus. Wie viel Muni hast du? Hier ist eine Muni-Kiste. Äh, sieben plus drei. Ja, dann nimm du. Ich hab's sechs und 36. Dass ich mal mehr Munition als du hab. Unpassbar. Das geschehen echt noch Zeichen und Wunder. Ja, waren noch nur sechs Kugeln dran. Ja, besser die sechs als keine, oder? Ja, ich kann auch hier mit der Wellroad ein bisschen spielen. Sprengen, oder? Ja, gute Frage. Wahrscheinlich sprengen, oder? Wenn extra hier nochmal zurücklaufen. Wir haben extra die gute Shotgun dafür. Das Dokument beschreibt die Strategie der Nazis für die Rakete. Churchill wird begeistert sein. Junge, da standest du gerade schon. Und da hast du eine Patrona ab. Fahrzeug ist gelb. Aufpassen. Könnte scharf sein. Ist scharf. Ja, kann man. Das ist doch gar kein Sichtschlitz, das lügt mich doch hier an. Du meinst dieses ein-pixel-breite Ding? Ja. Äh ne, ich glaube nicht. Also ich bin grad voll drauf. Ja, es gibt auch von der Seite die Möglichkeit. Ja, wir können ja eventuell seitlich da reinballern, hab ich auch gesehen. Aber wird auch nicht rot. Ich glaube, ich hab ihn erwischt. Jupp. Nein! It's a trap. Feuerwerk! Mein Feuerwerk. Feuerwerk. Mein Feuerwerk. Mein Gott, wir haben den Krieg schon verloren. Ich hab's versucht. Mein Freund, du hast die Balls of Steel oder was? Was? Das muss ich jetzt passen. Nein, das muss ich nicht. Los. So. Los. Kommis. Äh. Der Trucker. Äh. Der Trucker. Äh. Äh. Der Trucker. Äh. Da hab ich schon. Da hab ich schon. Einmal brennt der. Warum wohl? Was? 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 Wer sieht mich da? Der Trucker. Das macht zwei. Okay. Wo ist hier ein Sniper? Mein Gott, ich glaube, ich habe gerade eine Klospülung betätigt. So hörte sich das hier an. Was? Was? Wo zur Hölle ist der? Zehnhalb nicht. Das ist genau neben dir, Lopnap. Alter. Ich sollte niemals in den Krieg gehen. Okay. Jetzt muss ich los. Waren wir den gleichen Schuss mit unterschiedlichen Enden? Kein Fehler. Kein Fehler. Hat er gerade eben gesagt, er will die Bomber informieren, wo wir sind, indem er die Anlage in die Luft gejagt? Bei mir hat er nicht gesagt, aber... Boah. Also, das ist ein Leuchtfeuer für die Bomber, würde ich sagen. Die technischen Daten der Rakete. Ich muss dafür sorgen, dass die Nazis diese Operation abschreiben können. Aber wie? Ich verstehe momentan nur noch nicht so ganz, warum ich dann überhaupt noch hierher kommen muss. Weil wir die Pläne selbst haben wollen. Ich erinnere mich. Ich bin hier schon mal gestorben. Okay, das war eine spannende Camp. Okay. Handclap. Your time. Ich habe sie schon mal für dich warm gemacht. Ich habe sie schon mal für dich warm gemacht. Das ist eine faire Chance. Alter. Drei Schuss Soldier, hey. Dachte er sich auch. Mein Gott, da ist schon wieder eine Pfeife unterwegs. Der war fies. Ich habe sie schon wieder. Mein Jäger-Kill. Ach, deswegen hat er den Schuss überlebt. Der Offizier hat die Kugel so abgeschwächt, dass der Jäger nicht mehr draufgegangen ist. Das ist frech. Ey, immerhin, der hat sich wirklich für seine Leute ins Zeug gelegt, also. Ja. Ja. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die wissen, wo wir sind. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, wie wir sind. Das hat sich der Sniper nochmal durch den Kopf gehen lassen. Die mache ich lieber. Oh... Ah! Drittes Ventil. Fast geschafft. ich muss die zentrifuge überlasten hörst du damit auch du kriegst das hin oder ich habe seine force auf stil gekümmert das war auf mit dem mussten war das die mache ich lieber auch ein schädel und noch mal zumindest keine pfeife mehr wenn sie sich da immer noch an mich an wagen nachdem ich ihnen so viele die nennen wir es beim namen eier geschossen da kommt vor dafür sollten wir uns noch munition sparen hier ist sabotiert sind ja noch irgendwo raketen die man sabotieren muss ach da hinten sind noch welche das wichtigste weiß versteht mich wirklich truck oder warum steht da ein truck schon wieder ein tausender mehr auf meinem gehalten sollte mir das noch nicht machen eventuell sollten erst die letzte rakete suchen ich wollte gerade nachfragen wohin ist offensichtlich hatte vor schreck einen herzinfarkt bekommen ja wahrscheinlich war es wahrscheinlich war hat er gerade putzdienst hat sich gedacht nee den direkt durch nicht weg zu hängen sucht euch einen anderen die idioten naja ich glaube die hier oder ja also müsste bringen sie durch die zeit da kannst du dir money holen ich habe noch 35 schuss jetzt also wenn du sie brauchst nimm du ich habe auch 35 also das hier ist auf jeden fall die letzte rakete hier das waren alle raketen naja dann haben wir alle missionen gemacht und können hier den stecker ziehen das war's ja gott sei dank war da keiner von uns mehr drin ach komm den alarm brauchen wir auch nicht mehr es ist keiner mehr da der diesen alarm hört oder vielleicht doch das wäre ja ein verrückter plot twist ein funk raum ich sollte den bomben angriff einleiten mutter heine hier rotfuchs beste grüße wiederhole beste grüße nach all agra geschlecht eigentlich wollte ich nur den engel hätte nicht gedacht dass die partisane nir folgen würden sie folgten weil sie ihnen hoffnung gegeben hat und starben als helden hoffnung ist in wahrheit das übelste der übel weil sie die qual der menschen verlängert friedrich nietzsche general böhm nehme ich an die übelsten schrecken sind form und gestaltlos wenn niemand weiß wer ich bin kann ich sein wer immer ich will ich kann manipulieren ich kann verhindern entdeckt zu werden ich kann ein mensch sein oder ein monster dorfmann oder böhm ja ganz recht wir haben kessler und die fabrikanlage ist zerstört kessler ist tot bevor er den alliierten nützlich sein kann und ihre kleine sabotage in der produktionsanlage nun ja es ist zu spät ja beginnen werde ich mit der uss ein kann der berühmte general eisenhauer ich hole mir die alliierte flotte schiff für schiff operation avalanche ist am ende noch bevor sie begann und das war noch nicht alles noch lange nicht bringt sie rein hier ich habe versagt karl habe alle enttäuscht besonders meinen vater ja sehen sie es gibt keine hoffnung nein nicht mehr nun wir werden sie foltern oh ja und sie werden dabei zu sehen lieutenant ein winziger funke genügt und sie alle hoffnungsfall und sie alle hoffnungsfall Hätte sie doch nur ihr Messer gehabt. Mit dem Nietzsche Teil hat er mich noch gehabt. Aber danach hat er mich einfach verloren. Also komm bitte, wer Nietzsche zitiert. Und wann genau hat er dich dann verloren? Als er dem Engel in den Kopf geschossen hat? Nein, damit ist es wieder besser geworden. Helm! Major, bitte! Soll das seine Anspielung an einem Horten nur Flügler sein? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. War Nietzsche nicht Gottes Tod und nicht der Engel ist Tod? Ich muss ihren Start verhindern. Nein, das ist schon. Der Flieger? Vielleicht bringe ich den Motor zu Explod-Volltreffer. Davon brauche ich direkter Treffer. Immer schön auf den Motor zielen. Der Flieger... Jetzt die andere. ...habe ich dich. Ein kleiner Funke könnte reichen. Zeit zu gehen. Entschuldigung, wir sind ja noch. Und deswegen tue ich immer die LKWs hochgehen lassen. Na, du siehst ja, wenn du dich nicht drum kümmerst, dann kümmern sich unsere Bomber darum. Die Flotte, darunter Eisenhowers Kommando-Chef, war gerettet. Avalanche ist aufgegangen. Die 5. US und die britische 8. Armee kämpfen sich das italienische Festland hinauf. Der Engel war tot. Aber der Funke, den sie entzündet hatte, breitete sich schnell aus. Und ebnete den Weg für die Alliierten. Aber der Weg nach Rom sollte gefährlich werden. Bevor wir die Gotenstellung, die deutsche Hauptverteidigungslinie, nach einem Jahr durchbrechen konnten. Sie haben es allein geschafft, die Stadtbewohner. Sie haben aufgeräumt, bevor die 5. Armee da war. Ein Funke hat genügt. Apropos, ich hoffe, die 617. Staffel hat Ihnen nicht den Arsch versenkt. Sagen wir einfach, es war knapp. Ich dachte, ich hätte ein wenig mehr Spielraum. Karl, wir beide sind entbehrlich. Das wissen Sie doch. Nicht wie Ihr Mann dort. Der Professor macht's nicht mehr lange. Wir versuchen aus ihm rauszuholen, was wir können. Aber ich schweife ab. Was ist mit Ihnen, Karl? Was haben Sie jetzt vor? Der Retter von Ike Eisenhower. Wuuui! Das OSS könnte jemanden wie Sie gebrauchen. Soll das ein Angebot sein? Warum nicht? Ich denke drüber nach. Tun Sie das. Aber warten Sie nicht zu lange. Es geht um den Sieg. Verdammt richtig. UNTERTITELUNG Also, mir stellen sich jetzt irgendwie noch 2 Fragen. Warum darf der Deutsche immer noch saufen? Und hätte der Engel überlebt, wenn der Typ ihm nicht ihr Messer geklaut hätte? Punkt eins. Der hat es eh schon hinter sich, also lass ihn doch. Ja, aber wir töten ihn damit noch schneller. Ja. Aber du musst es so sehen. Wenn er betäubt ist, dann redet er mehr. Ja, so brauchst du keine Drogen oder sonst was, wenn er sich dagegen sträuben will. Ja, aber wenn du zu viel in ihn reinkippst, dann wird er nicht mehr verständlich. Ich glaube, das ist das kleinste Problem bei ihm. Und Punkt zwei, natürlich hätte sie mit dem Messer überlebt. Offensichtlich haben wir nicht nur einen, der uns infiltriert hat. Ja. Ja. So. Rapido. In zwei Minuten die Mission durchbekommen. Ja gut. Da wäre ich mal gespannt, wie man das hinbekommt. Ansonsten. Ja. Das lief doch ganz schön. Ja. Das war's mit der Story. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht. Wie gesagt, wir werden uns jetzt überlegen, was wir weitermachen. Ob wir noch die DLCs hier mit euch mal an einem Tag durchspielen. Die sollten auch nicht so lang sein. Also, ich glaube, eine Mission ist in etwa so lang wie hier jetzt auch. Ich glaube, es sind nur drei oder vier Missionen. Das werden wir mal anschauen. Auf jeden Fall wird es so bleiben, dass wir am Samstag hier Koop-Spiele machen. Sprich, Impi und ich werden auf jeden Fall zusammen was spielen. Vielleicht auch mal Among Us mit ein paar anderen Kollegen. Müssen wir mal schauen, ob wir ein paar Leute zusammen bekommen. Falls ihr Lust habt, meldet euch. Ihr könnt gerne mitspielen. Wir können auch gerne so eine offene Gruppe machen. Hier nochmal der Verweis auf unser Discord. Da kann man dann sowas gerne planen. Genau. Ansonsten, ich denke, für heute soll es das dann auch schon gewesen sein. Auch nochmal der Hinweis, Mittwoch ist natürlich unser Faktorio-Tag. Da sind wir dann mit dem Aufbauen von unserem wunderbaren Industriepark beschäftigt. Genau. Oder wie siehst du das, Impi? Jo, also Mittwochstermin bleibt natürlich. Faktorio wird uns auch noch ein Weilchen begleiten, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ja, ich denke, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Ich möchte eigentlich nur noch dazu sagen, falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr uns das natürlich auch gerne sagen. Dann checken wir das mal ab, ob wir das irgendwie einrichten können, dass wir das machen. Also Vorschläge sind sehr gern willkommen. Ja, ich denke, den Rest hast du wunderbar zusammengefasst. Genau. Gerne Vorschläge auch bei uns im Discord posten. Wir sind dafür alle offen. Ich glaube, der Link sollte eigentlich hier eingetragen sein. Da gibt es eine eigene Kategorie, wo man auch einfach solche Spiele mit reinposten kann, wenn ihr gern was von uns sehen wollt oder halt auch mit uns zusammen spielen wollt. Genau. Und die nächsten Projekte, wie gesagt, wir werden sehen, wir wollen auch ein bisschen Adventures machen. Das wird aber eher wahrscheinlich dann allein sein. Oder vielleicht wird da Impides ein oder andere auch mal zuschauen und seine Kommentare dazugeben. Ja. Und wir haben noch viele Spiele im Petto. Das würde uns aber natürlich sehr freuen, wenn wir mit euch auch was spielen können, wenn ihr uns Bescheid gebt oder ein bisschen Feedback von euch kommt. Weil es macht einfach mehr Spaß, zusammen zu spielen. Genau. Sehr schön gesagt. In dem Sinne, Impi, deine berühmten letzten Worte. Jo, einen schönen Abend noch. Ciao, ciao. Danke fürs Zusehen und für euer Feedback. Und dann bis zum nächsten Mal.